Ashley. Ashley. Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten. Was war alles, Luis? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der hat ein halbes Umbrella Labor zusammen geklaut. Ich bin ein halbes Umbrella. Ich habe mich gar nicht gebraucht. Ich habe mich gar nicht gebraucht. Ich habe mich gar nicht gebraucht. Okay. Okay. Mal los. Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Bist schon richtig geübt. Ich mache mich gar nicht gebraucht. Ich mache etwas. Das kommt noch nett hin da an. Geht's dir wirklich gut? Mir ging's nie besser. Gut. Oh, was war das? Ah. Ja, kann man ja schon. Ja. Ich schießbereit. Wie es hier aussieht. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Scheinst sie gut zu kennen. Oh, 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 oh. Das ist echt schnell. Ho, oh, 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 oh. Your turn! Ah! A 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 Man, man, man A 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 Okay, erst mal hier zum Treff. Er ist ja eigentlich der bessere Spieler, der ist eigentlich immer schon da oder was. Weiß mich hier jetzt mal um was auch. Oh, Schießpulver, oh Mann. Willkommen, Nathan, was kann ich für dich tauschen? Oh, Nö. Auf, Zaster. Zaster Hilfe. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus? Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? 16.000. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Kleinigkeit. Geh sorgfältig damit um, okay? Okay. Kein Platz. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Oh, hab ich. Na ja. Hab ja ganz gut Zeug. Mal schauen. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. So. Komm. Komm. Ich kaufe fast alles. Ah. Dafür lass ich einiges springen. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches getan? 10.000. So minder. Ich bin so arm. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. 1,6,5,1. Hm. Wenn du noch was... Das wird sein. Was du erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern bevor... ...und du da lang gehst. So willst du dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen. Was wäre wenn, richtig? Was wäre wenn, ja. Mahaha. Des einen Knarre des anderen Leitfländer. Hahahaha. So. Armzeug. Das müsste doch... Doch. Nicht reichen. Der Körper ist hinfalls voll. Ja. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Hey. Ah. Ich bin lecker. cordy. Ah. 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 Unwürdige Kreatur! Du hast den heiligen Leifer mit! Das Privileg 1! Mit uns zu werden! Bedschläum! Vergebung! 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 Geh, Geld! Die Lösung am nötigsten Wettbewerb! Knie nieder vor deinem Vater! Dürrechtes Kind! Und er wird dich erneut mit dem König Neid segnen! Das Leid visuel Welt des Leidens! Tief in den Herzen! Weißt du diese Wahrheit! Wie enden wollen die Krieger! Schmerz! Die Menschen verschließen! Die Traurten und Beweiltaten! Den Blut an ihren Händen! Selbst jetzt! Die Menschen in dieser Welt werden Eist und in Heim bleiben! Egal welcher Herkunft! Welchen Glaubens! Mit einem Gemeinsamen! Und einem Gott! Wir werden ein Paradies frei von Unrecht kommen zu! Hilfe von Unrecht! In Ordnung! Deinem Vater nicht! Fiegel vor! Die Stimmen! Meine Schafe! Ihr Blut! Das Blitzzeit muss ich nicht mehr verabschieden. Ja... Wut! 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 Was spinnst du? Ich bin kein Muni mehr Hey Wurscht doch, ich will die Munis Das ist doch scheiße Nein Nein Komm. Alter Dreckstack! Genug von deinem Scheiß! Endlich ein Look, der zu dir passt! Hässlich innen wie außen! Aber ich muss unser Date leider abrechnen. Und nur, dass das klar ist. An mir liegt's nicht. Ja, 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 ja. Komm. Ja, so eine Magnum ist gut. Da gleich noch so ein Ding hier hinterher. Potenziale. Da hast du deine Gnade. Da hast du deine Gnade. Ja, 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 ja. Ich schwitze mich. Ich schwitze mich. Warte. Deine. Ja, ja. Ich schwitze mich. Ja, ja. Aida, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten nen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Beeil dich lieber. Süß. Bis nächstes Mal, Leon. In der schönen Kisten liegen hier noch alle rum. Ausgebrannt. Ausgebrannt. Kaum noch Muni. Wir haben gar keine Pistolen. Wir müssen schnell nochmal an die Schreibmaschine. Was sind wir da noch? Das können wir gebrauchen vielleicht. Endlich nach Hause. Noch haben wir's nicht geschafft. Oh, die Ratten hauen auch schon ab. Die Ratten zeigen mit Wege. Das ist auch nicht schlecht. So, dann kommen wir's nicht. So, dann kommen wir's verpacken. Na bitte. Nicht schlecht, Aida. Und wie? Dann halt dich fest. Okay. Ah! Oh Ah Ach so Rüber, naja Wusstet man wissen So, das sieht schon mal gut aus Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig Mission erfüllt, was? Mission erfüllt Wenn du zuhause bist Danke, für alles Klar doch Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten Dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst Du brauchst mich nicht Du kommst ganz gut alleine, klar Nur das mit dem Messer solltest du noch mal üben Na komm Ab nach Hause Ab nach Hause Ja, das war's wohl Oh, da kommt noch was Ja, das war's Ja, das war's Ja, das war's Ja, das war's Eine Du habe es Ja, das war's 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 Ja, das ist Musik 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 Stell mich durch Ich habe den Bernstein Ausgezeichnet Eine Frage Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen Nur so viel soll verraten Ein neues Zeitalter bricht an Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben Ich treibe diesen Wandel voran Dann geht es um Millionen von Opfern Milliarden Wie ehrgeizig Wir ändern den Kurs Los Musik 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 Jo, das war's jetzt wahrscheinlich endgültig. Jo, man sieht sich, guckt man, hört sich. Bis denn. Jo, das war's jetzt.